Ähnlich wie hier bei München haben am Wochenende einige Regen- und Gewittergüsse dem Süden des Landes enorme Regenmengen beschert. Besonders groß sind die Summen am Alpenrand, wo die Wolken bei Nordstau verstärkt abregneten. In Bregenz am Bodensee wurden binnen sechs Stunden knapp 40 Liter gemessen, mehr als im gesamten April. Untertitelung des ZDF für funk, 2017